Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, hier auf meinem zweiten Kanal Bastian Mall. Heute soll es wieder um das Thema Gesichtspflege gehen und zwar habe ich eine für mich neue Reinigungsserie entdeckt. Ich habe Post bekommen gehabt bezüglich eines Produktes, welches ich angefragt habe aufgrund meiner Gesichtshaut. Jetzt finde ich, sehe ich frisch aus. Es ist Sonntag und dafür, dass es Sonntag ist und ich wenig Schlaf hatte, sieht meine Gesichtshaut frisch aus, finde ich. Der Ton ist gut, vielleicht ein bisschen fahl um die Augen, aber da habe ich noch ein extra Video zu. Es ist ein Hydra Energy X Feuchtigkeitsfibrilliert mit Turbo-Aufwach-Kick, was ich jeden Morgen verwende. Dieses Produkt habe ich schon benutzt, mehrmals benutzt, denn bei mir werdet ihr nur Reviews sehen von Produkten, die ich länger getestet habe als 14 Tage, weil man erst nach 14 Tagen bei regelmäßiger Anwendung Veränderungen auf der Haut, mit der Haut feststellen kann. Deswegen ist hier auch schon eine Menge raus. Ich habe es probiert und kann sagen, ja, das belebt die Haut. Es klebt nicht so, wie man es von irgendwelchen Pflegecremes kennt. Ich mag es nicht, wenn es klebt und bei diesem Produkt ist es definitiv nicht so. Es ist eine Gesichtspflege, die trage ich morgens auf. Ich wasche mir erst mein Gesicht, dazu gibt es auch gleich noch was Cooles. Und nehme dann Gesichtswasser und gehe dann mit der Pflege rüber. Augen auslassen, aber ansonsten kann ich sagen, ja, es ist ein gutes Pflegeprodukt. Ich finde es immer sehr schwierig für mich Pflegeprodukte zu finden und kann das empfehlen. Also das hat bei mir den Test definitiv bestanden. Dann war ich mit meiner Mutter. Mutti, ich grüße dich einkaufen. Und beim Einkaufen habe ich ein neues Produkt entdeckt. Und zwar L'Oreal Man Expert Hydra Energy mit Kohle. So schaut das Ganze aus. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist silbergrau und da seht ihr das. Es ist silbergrau-schwarz. Und dieses Zeug eliminiert Schmutz, Öl, Schweiß, Unreinheiten, frisch und gesund aussehende Haut. Aufgepasst, diese schwarze Textur verwandelt sich in einen weißen Schaum für eine neue innovative Art der Reinigung. Es ist bei täglicher Hautverschmutzung, Glanz, Mitesser, fertige Haut, fahle Haut, verstopfte Poren. Ich habe dieses benutzt beim ersten Mal waschen. Ich hatte ein so sauberes Hautgefühl, dass, also man hat, es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich habe das Produkt selbst gekauft und habe es ausprobiert. Und ich habe es noch nicht eine Woche, also da kann ich aber schon definitiv zu sagen, dass es so ist, dass meine Gesichtshaut unglaublich sauber sich anfühlt. Die Haut ist frei, ich habe wirklich das Gefühl, die Haut ist frei und offen für die Pflege und möchte euch das mal empfehlen. Wer damit ebenfalls solche Erfahrungen gemacht hat wie ich, schreibt es mir bitte unbedingt unter dieses Video in die Infobox. Ich habe definitiv eine neue Reinigung gefunden, wo man auch wirklich endlich mal das Gefühl hat, ja, mein Gesicht ist jetzt sauber und ich muss dann nicht nochmal drüber waschen. Zur Textur. Man trägt es in die Hand auf und denkt, oh mein Gott, was ist das denn? Wenn man es dann aber in den Händen so, dann wird es wie so richtig fester Schaum und wie so eine Schaumcreme und die macht ihr euch über das ganze Gesicht. Das tut unglaublich gut erstmal, das Gefühl ist einfach genial. Ich mag keine Reinigungsmilch, aber ich mag auch nicht rein Schaum und das ist so ein Mix aus beiden. Und legt sich komplett über das ganze Gesicht und beim Abspülen merkt ihr schon, wie dieses ganze Gesicht gereinigt wird, wie dieses, also wie das alles runterkommt. Nicht übertrieben ist ein Drogerieprodukt und möchte ich euch dringend ans Herz legen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Reinigungsprodukt für Männer. Das war es soweit von mir, ihr könnt mir gerne mal posten, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und was benutzt ihr zum Haare, zum Haare waschen? Das könnt ihr mir auch schreiben, aber ich meine eher zum Reinigen des Gesichts. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn dir dieses Video gefallen hat und diese Empfehlung, freue ich mich auf ein dementsprechendes Feedback und wünsche dir viel Spaß weiterhin auf YouTube. Ciao, Basti!